Es ist der erste Arbeitstag für den Portugiesen Antonio Guterres. Der neue Generalsekretär der Vereinten Nationen trat mit einer Ansprache vor den Mitarbeitern seine fünfjährige Amtszeit in New York an. Er übernahm den Posten vom Südkoreaner Ban Ki-moon. Der 67 Jahre alte frühere Ministerpräsident Portugals und ehemalige UN-Flüchtlingskommissar gilt als geschickter Verhandlungsführer. Er spricht vier Sprachen fließend. Dies ist der Augenblick, in dem wir den Wertes-Multilateralismus verteidigen müssen. Wir müssen jetzt erkennen, dass nur globale Lösungen globale Probleme lösen können und dass die UN der Eckpfeiler dieses multilateralen Ansatzes ist. Die größte Herausforderung von Guterres wird nun der Weg zum Frieden im Kriegsland Syrien sein. Aber auch die Reform der UN will er angehen. Guterres versprach, die UN schlanker und effizienter machen zu wollen. Guterres versprach, die UN-Flüchtlingskommissar. Die größte Herausforderung von Guterres versprach, die UN-Flüchtlingskommissar. Guterres versprach, die UN-Flüchtlingskommissar.